Willkommen in diesem wunderschönen Porsche Cayenne Tiptronic S in Schwarz. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor dieses Porsche Cayenne ist Schadstoff am Euro 4. Er bekommt natürlich die grüne Plakette. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und anklappbar und in Wagenfarbe lackiert. Diese souveräne Allradler bringt sie überall hin. Abgedunkelte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Zu den 20 Zoll Leichtmetallfelgen gibt es noch ein Reserverad Notrad. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die beheizten Polster sind mit Leder und Alcantara bezogen. Die Verstellung ist elektrisch mit Memory. Fußmatten gibt es dazu. Und Bluetooth-Freisprecher, Lederpolster oder elektrische Schiebedach. Hier herrscht besonderer Komfort. Die automatische Klimaanlage sorgt auf allen Plätzen für Wohlbehaben. Zum CD-Radio gehört auch ein Navigationssystem. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Der Wagen stammt aus Privatbesitz in unserer Familie. Ursprünglich wurde er für den amerikanischen Markt produziert, dort von einem Deutschen gekauft und gefahren und dann wieder mit nach Deutschland gebracht. Der Wagen ist schickheft gepflegt und in sehr gutem Zustand. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wiesmann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wiesmann